Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. An diesem Wochenende ist es ja mal auf Schalke ein bisschen ruhiger im Vergleich zu den vergangenen Tagen, was die aktuellen Transfers, Gerüchte und auch ansonstige Neuigkeiten so anbelangt. Aber es gibt trotzdem ein paar Themen, zumindest zu besprechen hier und heute. Vor allem ein sehr konkretes Transfergerücht um Felipe Sanchez. Denn gestern im Transferupdate auf Schalke Insight Clips hatten wir noch darüber gesprochen, dass der Transfer wohl erstmal geplatzt ist. Aber jetzt gab es eine sehr, sehr ordentliche Wendung, denn Schalke jetzt ein Angebot erhöht. Und deswegen steht Felipe Sanchez sehr wahrscheinlich kurz seinem Wechsel zu uns nach Gelsenkirchen. Drumherum gibt es aber natürlich auch noch ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigen können. Zum einen wäre da das Budget und besser gesagt noch die Budgetfrage, wie viel Geld haben denn Manga und Wilmot noch für weitere Transfers. Und wir schauen auch nochmal darauf, was denn die Aussagen von unseren Verantwortlichen sind bezüglich des Saisonziels. Wie kann man mit Schalke dann auch zum neuen Saison rechnen an diesem großen Kaderumbruch? Was ist vielleicht auch schon drin? Somit sind das also unsere heutigen Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten wir also heute mit der Frage nach unserem Budget. Denn das ist natürlich generell ein Thema, was auf Schalke viele Leute interessiert. Wie viel Geld kann denn Schalke eigentlich noch für Neuzugänge ausgeben? Denn bislang war es so, dass man vor allem auch zu Beginn der Transferplanung noch sehr sparsam unterwegs gewesen ist. Mit vielen ablösefreien Transfers, mit vielen Eigengewächsen, die Verträge bekommen haben. Die einzigen, die dann so ein bisschen was gekostet haben, waren Gantenbein für wohl 300.000 Euro, plus bei Jindir für circa 100.000 Euro. Aber auch erst recht durch den Transfer von Moussa Sula ist ja die Frage aufgekommen, warum kann sich denn Schalke auf einmal solche Deals in Höhe von 2 Millionen Euro leisten? Denn wir sollten uns auch alle nichts vorwachen. Solche Deals in der zweiten Bundesliga sind schon extrem selten. Und ich finde schon, dass man das auch so sagen kann, wenn du dann auf einmal so eine ablöse Summe von 2 Millionen Euro auf dem Tisch legst. Das haben wir auch im vergangenen Sommer nahezu gar nicht gemacht. Ich glaube, der Einzige, der in diesem Bereich vorgestoßen war, war eben dann Ron Schallenberg. Und deswegen ist natürlich jetzt aber auch erst recht die Frage, was hat denn Schalke eigentlich noch für ein Budget? Denn laut der Bild-Zeitung haben wir durch Assan Uedraogo ja die besagten 10 Millionen Euro eingenommen. Das hat aber unser Budget gerade mal um 1,5 Millionen Euro erhöht. Ist wie gesagt jetzt nur eine Vermutung der Bild-Zeitung, dass das so ist. Aber ist, finde ich, schon ein Wert, der irgendwo realistisch ist. Denn es war ja immer wieder die Rede davon, dass ein Großteil der Uedraogo-Millionen woanders eingeplant werden. Allein schon negatives Eigenkapital um rund 5 Millionen Euro spielt dort ein wichtiges Thema. Und deswegen waren ja auch meine Aussagen immer, ich habe so ein bisschen davon gerechnet, dass wir um die 2 Millionen Euro vielleicht einen Ticken mehr für Uedraogo bekommen. Und deswegen würde ich auch diese 1,5 als realistisch ansehen, dass dieses Geld eben dann Schalke für Transfers zusätzlich zur Verfügung steht. Dazu kommt eben dann wohl noch ein paar Kleingeldmaßnahmen durch die Abgänge von Müller und Topp. Die haben ja insgesamt 3,5 bis 4 Millionen Euro in die Kassen gespült. Aber auch dort weder Ben Manga und Marc Wilmots nicht ganz so viel von bekommen haben. Das heißt eben dann auch auf der anderen Seite laut der Bild-Zeitung, dass das Budget schon relativ gut aufgebraucht ist. Eben auch erst recht durch diesen Transfer von Moussa Sula. Wenn man jetzt mal so die anderen Transfers damit einrechnet, sind wir allein bei Ablösesummen auf jeden Fall schon bei mindestens 2,5 Millionen Euro, die man ausgegeben hat. Und es hieß ja, wir hatten ein Anfangsbudget von circa 1,5 Millionen Euro plus die Uedraogo-Millionen plus ein paar gequetschte. Wir wären dann bei circa 3 Millionen Euro gewesen. Und davon wäre natürlich jetzt auch schon sehr, sehr viel weg. Das heißt natürlich auch, dass man vielleicht auch ein Ticken kreativer werden muss, was Neuzugänge anbelangt. Neuzugänge anbelangt, denn Schalke will auf dem Transfermarkt auf jeden Fall nochmal nachlegen. Es ist so, dass man in der Offensive vor allem auch nach neuen Spielern sucht. Das haben ja auch unsere Verantwortlichen noch rund um Matthias Zimmern bereits bestätigt. Und da muss ja auch noch was passieren. Wir haben aktuell keinen gestandenen Neuner im Kader. Können uns natürlich jetzt auch nicht nur darauf verlassen, dass Moussa Sula als Flügelspieler der hängende Spitze wegen seiner Ablösesumme uns Tor um Tor schießen wird. Plus Akinan Karawan könnte immer noch gehen. Deswegen muss auf jeden Fall ein neuer Stürmer her. Und auch im Kreativbereich wird sicherlich nochmal was passieren nach dem Abgang von Assan Uedraogo. Aber es ist eben auch so, dass Schalke deswegen erst recht jetzt nach Laien mit Kaufoptionen sich umschaut und dass das eben auch die Themen werden in den nächsten Wochen. Erst recht interessant werden könnten für Schalke, denn es ist ja auch kein Geheimnis. Während Saisonvorbereitungen und auch dann noch während den ersten Spieltagen sortieren auch nochmal andere Mannschaften zumindest in ihre Teams aus. Das macht der Schalke dann genauso im Laufe des Juli und August. Und da können natürlich auch nochmal dann Spieler per Laie verfügbar sein, die mögliche Soforthilfen sind. Das hatten zwar auch vor einem Jahr genauso hier drüber diskutiert, dass das ja noch Maßnahmen wären für Schalke nochmal am Ende des Transferfensters gute Deals zu machen. Das hat ja da nicht ganz so gut geklappt. Oder zumindest waren ja jetzt nicht die ganz typischen Laie-Deals mit dabei, die man vielleicht heute tätigen können. Ich glaube schon, dass das aber in diesem Jahr ein ganz interessantes Thema wird. Aber man darf eben auch nicht vergessen, es ist am Ende nur eine Mutmaßung. Und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass das nur in der Bildzeitung ist, sondern einfach generell eine Mutmaßung, was unser Budget noch so anbelangt. Ich finde es vor allem interessant, dass wir eben durch diesen U3-Ogo-Verkauf womöglich 1,5 Millionen Euro als Extra-Budget bekommen haben. Alle weiteren Zahlen hängen natürlich auch dann davon ab, was vielleicht einfach auch noch passiert. Denn man darf jetzt auch nicht nur darauf achten, was vielleicht die Medien behaupten. Denn wenn man einen Moussa Sula für 2 Millionen Euro verpflichten kann, dann ist das sicherlich auch eine Ablösesumme gewesen, die vor einer Woche wahrscheinlich noch keiner erwartet hätte, dass Schalke sowas stemmen kann oder anders gesagt stemmen will. Weil ich glaube, das ist das viel wichtige Kriterium, wo Schalke dann noch sein Geld einsetzt. Denn dass wir trotz der ganzen Schuldenlastung, der ganzen finanziellen Probleme auch ein gewisses Budget haben könnten, da steht ja außer Frage, ist halt immer so ein bisschen die andere Frage, wo die ganzen Einnahmen hinfließen. Denn die haben wir auch weiterhin auch als Zweitligist. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt darauf, was dann für Ben Manga und Mark Wilmots in den nächsten Wochen noch so möglich ist. Denn allein das Gerücht um Felipe Sanchez zeigt eben auch nochmal umso mehr, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, was vielleicht dann mal in den Medien geschrieben wird, sondern auch einfach mal abwarten, was unser Verein so macht. Denn Felipe Sanchez ist ein Thema, um perfekt darzustellen, dass unser Budget vielleicht doch noch ein Ticken höher ist, als man es gedacht hat. Oder auf der anderen Seite eben tatsächlich viele Medien im Dunkeln tappen, was Schalke machen will, machen kann und vor allem auch machen wird. Denn rund um Felipe Sanchez gab es ja in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte aus Argentinien, aber auch aus Deutschland wurde bestätigt, ja, Schalke hat Felipe Sanchez auf dem Zettel, aber ein Wechsel ist aktuell noch nicht wirklich fix. Und dann gab es ja eben auch aus Argentinien die Meldungen, Felipe Sanchez und Schalke, nee, das wird wohl nichts, weil Schalke sein Angebot für Felipe Sanchez nicht noch einmal erhöhen möchte. Das waren ja so ein bisschen die Dinge, die wir auch in den vergangenen Tagen hier auf Schalke Inside besprochen hatten. Allein schon gestern im aktuellen Transfer-Update auf Schalke Inside Clips war eben noch die Info zum Zeitpunkt einer Videoaufnahme, dass Felipe Sanchez nicht kommt, aber das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Denn bereits in der Nacht auf Samstag wurde eben dann aus Argentinien berichtet, dass Felipe Sanchez am Sonntag, sprich heute, nach Deutschland reisen wird. Er soll dann den Medizincheck absolvieren, plus seinen Vertrag unterschreiben, denn Schalke hat sein Angebot an Felipe Sanchez, besser oder besser gesagt für Felipe Sanchez an seinen Verein. Das ist Gymnasia aus der ersten argentinischen Liga nochmal nachgebessert. Und deswegen sieht es jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, dass dieser Deal zumindest mal laut argentinischen Medienberichten auf das Ziel geraten ist. Schalke selber ist sich mit Felipe Sanchez auf jeden Fall schon einig. Der Spieler selber möchte auch gerne nach Deutschland. Es soll wohl hier einen Fünfjahresvertrag geben. Und interessant, der Präsident von Gymnasia, Esgrima La Plata, das ist Mariano Coven, der hat den bevorstehenden Wechsel von Felipe Sanchez auch nochmal in Argentinien bestätigt. Wir sind in Gesprächen. Sie sind sehr weit fortgeschritten. Aber es gibt noch Fragen, die mit Schalke zu klären sind, um dem Ganzen den letzten Schliff zu geben. Aber es ist eben so, dass Sanchez in den nächsten Stunden nach Deutschland reisen wird, um den Wechsel perfekt zu machen. Und das könnte eben auch schon so sein, dass er gerade auf dem Weg ist oder vielleicht sogar schon vor Ort ist in Gelsenkirchen. Dann wäre natürlich aber noch die spannende Frage, wie viel kostet denn jetzt unser Neuzugang für die Innenverteidigung? Denn auch wenn natürlich vielleicht viele von euch auch schon mal Felipe Sanchez ein bisschen was gelesen haben, kennen wir ihn alle sicherlich nicht. Felipe Sanchez ist 20 Jahre jung, ein Innenverteidiger, der sich in den letzten Jahren wirklich gut entwickelt hat, der auch schon im frühen Jahr ein Stammspieler war bei Gymnasia. Das ist übrigens auch sein Jugendklub und der eben jetzt den Schritt nach Europa wagen möchte. Mit seinen 20 Jahren ist er natürlich auch ganz klar im Talentalter anzusiedeln, passt aber natürlich auch sehr, sehr gut zu dem, was Schalke generell plant. Sein Marktwert liegt bei 800.000 Euro und sein Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres 2025, sprich anderthalb Jahre. Und laut verschiedenen argentinischen Medienberichten liegt die Ablöse dann zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro. Und das deckt sich auch dann durchaus mit anderen Medienberichten aus Argentinien plus Gymnasia hat sich wohl oder möchte sich zumindest eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20% für Felipe Sanchez sichern. Ist natürlich dann prozentual gesehen schon sehr, sehr viel, wenn man sich mal vorstellt, dass man Felipe Sanchez vielleicht mal ganz grob gerechnet für 10 Millionen Euro weiterverkaufen kann, wenn es gut läuft, wenn es sehr gut läuft, sogar für mehr und man dann natürlich dann 2 Millionen sozusagen von den 10 Millionen abdrücken muss. Aber es ist halt auch durchaus üblich, wenn du solche jungen Spieler für einen akzeptablen Preis bekommst, dass eben auch dann Weiterverkaufsbeteiligungen eingegliedert werden. Das kennen wir Schalke ja auch sehr, sehr gut selbst. Allein schon Leavitt Merzschan ist ja jüngst ein ganz gutes Beispiel gewesen. Und das Gute ist, dass wir diese ganzen Gerüchte rund um Felipe Sanchez mittlerweile nicht nur aus Argentinien hören, sondern auch aus Deutschland. Denn alleine Dirk Große-Schlamann als Sky-Reporter für Schalke zuständig hat sich da gestern Morgen dann sehr ausführlich zu geäußert. Denn er bleibt zwar dabei, wie er auch schon zu Beginn der Woche geschrieben hat, und darüber hatten wir auch geschrieben oder berichtet hier, dass die ganze Sache nicht so weit ist, wie die Kollegen aus Südamerika berichten. Aber die ganze Geschichte ist laut Dirk Große-Schlamann auf einem guten Weg, aber eben noch nicht fix. Und dann gab es eben noch mal einige Nachfragen, vielleicht auch noch mal eine gewisse Recherche von Dirk Große-Schlamann. Und da hat er noch mal bestätigt, ja, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, dass Sanchez kommt. Die Ablöse liegt bei gut unter 2 Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen. Es ist aber eben noch nicht fix. Es gibt noch Details zu klären. Plus der Medizin-Check muss natürlich auch noch absolviert werden. Christopher Michel, den vielleicht auch einige von euch mittlerweile kennen, Journalist von Fußball.news, hat dann die ganze Geschichte noch mal ein bisschen ausgeschmückt und eben auch klar gemacht, mit Sanchez gewinnt Schalke einen jungen und vor allem auch lange gescouteten Spieler. Der Transfer sollte in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Die Ablöse wurde laut ihm auf etwa 1,3 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, plus Weiterverkaufsbeteiligung runter verhandelt. Und das wäre natürlich wiederum eine Summe, die dann schon irgendwo vielleicht fair ist und die man so auch akzeptieren kann, ohne wie gesagt, dass ich beurteilen kann, wie gut Felipe Sanchez ist und wie viel Potenzial er tatsächlich mitbringt. Ich finde es aber auf jeden Fall super spannend, solche Spieler aus Argentinien zu holen. Laut Christopher Michel hat Sanchez selber auch große Lust auf die Aufgabe, auf Schalke gilt, als Mentalitätsmonster, sei es aber auch ein Linksfuß, der ein ganz gutes Aufbruchspiel mitbringt. Das ist schon wirklich super interessant. Sky generell hat aber dann auch noch einmal vermeldet, dass eben Felipe Sanchez tatsächlich in den kommenden Tagen den Medizincheck auf Schalke absolvieren soll. Es müssen noch letzte Details des Deals geklärt werden, aber hier beläuft sich die Ablöse auf etwa 1,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Und das wiederum würde ja dann ganz gut passen zu dem Bericht von Christopher Michel. Der hat ja gesagt, 1,3 Millionen plus Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung wird es auf jeden Fall auch geben. Das heißt, Felipe Sanchez und Schalke, das wird jetzt auf jeden Fall sehr konkret, vielleicht, ohne es wirklich wissen zu können, geht die ganze Geschichte auch schon heute oder morgen über die Bühne, könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Und somit wäre dann sicherlich die Planung in der Defensive nahezu abgeschlossen oder zumindest mal schon relativ vollständig. Denn wenn man natürlich auch dann für einen solch jungen Spieler, auch wenn er noch jung ist, relativ viel Geld bezahlt, ist natürlich auch klar, wird Felipe Sanchez als potenzieller Stammspieler gesehen. So ist zumindest mal mein Gedankengang bei ihm. Und das macht es aber auch umso interessanter mal zu schauen, wie gut denn Felipe Sanchez tatsächlich für Schalke sein kann. Blicken wir dann aber auch erstmal noch auf die Dinge, die man aktuell bewerten kann. Und das ist unser Kader Stand jetzt, das ist die Vorbereitung Stand jetzt und eben das, was vielleicht dann zur neuen Saison so möglich ist. Denn natürlich ist klar, dass sich unser Kader noch bis zum Ende der Transferperiode verändern kann und möglicherweise auch noch verändern wird. Selbst wenn gewisse Planungen auf Position abgeschlossen sind, kann es noch zu Abgängen kommen oder auch dazu kommen, dass Karel Gerrits mit dem einen Spieler zufrieden ist als mit dem anderen und deswegen auch noch mal überraschende Wechsel gibt. Und natürlich kann es auch genauso gut sein, dass noch mal neue Spieler hinzukommen. Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Zielsetzung für sich selber. Die hat ja unser Vorstand bereits bekannt gegeben. Man möchte innerhalb der nächsten drei Jahre zurück in die Bundesliga plus den Klassenerl schaffen. Aber gleichbedeutend ist eben auch das damit, dass man jetzt in der neuen Saison nicht davon ausgeht, direkt aufsteigen zu können. Man ist durchaus ambitioniert. Laut der Watz ist das obere Tabellendrittel ein Ziel, was man auch ganz klar ausgeben wird. Zusätzlich natürlich auch einfach generell eine Steigerung zur letzten Saison und auch im Laufe der Saison. Aber das Ziel direkter Aufstieg, das wird man von keinem Schalker Verantwortlichen hören und ich denke, dass das auch durchaus richtig so ist. Karel Gerrits, unser Trainer, wurde aber auch zum Trainingsauftakt mal gefragt, was denn seine persönlichen Saisonziele so sind. In Belgien betrachten wir die Tabelle immer in zwei Teilen, die oberen neun Klubs und die unteren. Mein Ziel ist sehr einfach. Ich will mit der Mann schon in die obere der beiden Hälften kommen. Wo wir dort genau landen, wer denkt von vielen Faktoren ab, etwa wie schnell die Mannschaft zusammenfindet, wie wir ins Spiel kommen. Aber eins ist absolut klar, wir wollen so etwas wie in der vergangenen Saison nicht wiederholen. Und vor allem unser Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann, der hat sich jetzt auch nochmal zu unseren Saisonzielen geäußert und gegenüber der VATS auch ein klares Ziel formuliert. Wir reden nicht davon, dass wir aufsteigen müssen, aber dass unsere Mannschaft im oberen Tabellendrittel mitspielt, ist unsere Ambition. Zum Ende der Hinrunde wollen wir zudem eine deutlich positive Entwicklung sehen. Denn natürlich ist auch klar, dass man wie gesagt nichts wiederholen möchte von der vergangenen Saison, aber natürlich auch weiß, wie schwer die zweite Bundesliga ist, wie schnelllebig sie ist, positiv, wie aber eben auch negativ. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass man eben auch diese Ziele so klar formuliert. Aber Matthias Tillmann weiß eben auch, dass er sich einfacher wird und bitte deswegen auch uns Fans um Geduld erst recht an den ersten Spieltagen, falls am Anfang eben auch ein bisschen rumpeln sollte. Am ersten Spieltag, in den ersten Wochen, werden wir noch Geduld haben müssen. Hat auch Tillmann hier nochmal klar gemacht, was ich aber auch vollkommen legitim finde. Denn ein solcher Umbruch, der braucht Zeit, der braucht Geduld, der braucht eben auch dann mal das Annehmen von Spielen, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Wenn man aber einfach dafür dann eine betracht oder eine gesamtheitliche Entwicklung sieht, so ist es richtig, die eben auch dann positiv ist. Und ich finde, dass das auf jeden Fall auch dann das Gute an diesen Formulierungen ist. Denn natürlich ist Schalke am Mützende. Natürlich möchte man gerne zurück in die Bundesliga und wird sich sicherlich auch nicht dagegen wehren, wenn es zur neuen Saison schon möglich ist. Aber es ist eben nicht so, dass diese neue, junge Mannschaft dieses Aufstiegsziel per Druck verspüren muss. Zumindest eben nicht in dieser Saison. Noch einmal, wir sollten uns nichts vormachen. Schalke muss irgendwann zurück in die Bundessieger. Allein aus finanzieller Betrachtungsweise ist das einfach ein Muss. Und auch wenn wir natürlich alle bescheiden sein sollten und wie gesagt auch geduldig sein sollten, kann man sowas auch durchaus dann mal sagen, dass eben Schalke zurück muss in die Bundessieger und dann irgendwo der Druck natürlich da sein wird. Aber zur neuen Saison ist eben erstmal eine gewisse Ruhe mit dabei, eine gewisse Stabilität. Man will eben eine gewisse Entwicklung sehen, um dann im Folgejahr, im besten Falle, aufsteigen zu können. Viele Fans sprechen auch immer wieder davon, ob denn Mannschaften zu früh aufsteigen oder ob es einfach der Aufstieg dann ja vielleicht ein Jahr später besser gewesen wäre. Das war ja auch so eine gewisse Diskussion bei uns damals. 2022, wo dann vielleicht einige oder wo einige wirklich gesagt haben, vielleicht wäre es besser für Schalke gewesen, sich nochmal eher in der zweiten Bundesliga ein weiteres Jahr zu entwickeln. Ich finde, dass sowas immer schwierig ist zu beurteilen, weil erstmal kannst du sie nicht aussuchen, wann du genau aufsteigst. Du musst einfach da sein, wenn die ganzen Rahmenbedingungen passen, wenn du selber gut drauf bist, wenn die Konkurrenz vielleicht mal Punkte liegen lässt, wenn du einfach einen super Kader beisammen hast. Und deswegen würde ich mal gar nicht davon sprechen, dass selbst wenn wir jetzt aufsteigen könnten, dass das so früh ist, es geht einfach darum, in jedem Szenario vernünftige Arbeit zu machen. Und das fand ich, glaube ich, oder ist meine Meinung, war nach dem Bundesliga Aufstieg letztes Mal das große Problem, dass die Arbeit einfach dann nicht mehr gut genug war. Deswegen würde ich mir auch nicht dagegen wehren, wenn wir eben auch dann zu Ende der Saison vielleicht eine Aufstiegschance haben. Aber es ist eben so, dass das nicht das Saisonziel ist. Das obere Drittel ist Schalkes Ziel. Selbst das, finde ich, ist ambitioniert, was aber auch gut ist. Wir wollen ambitioniert sein und trotzdem natürlich eine gewisse Bescheine drin haben. Und deswegen sollten wir auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen, eine gewisse Geduld ausstrahlen mit unserer neuen Mannschaft. Und ich glaube, dass das dann langfristig erst recht erfolgreich sein kann. Was mich aber jetzt erst recht interessiert, und ich glaube, das ist durchaus logisch, ist eure Meinung zu unserem potenziellen Neuzugang, zu unserem wahrscheinlichen Neuzugang, Philippe Sanchez. Glaubt ihr denn, dass Schalke ihn tatsächlich verpflichten wird, verpflichten sollte, von dem, was ihr so lesen und gehört habt? Glaubt ihr, dass Philippe Sanchez Schalke weiterhelfen kann, auch für diese korportierte Summe rund um 1,5 Millionen Euro? Schreibt dazu und zu allen anderen Themen natürlich mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Schalke Schalke Schalke